Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Ja, moin moin aus Flensburg und herzlich willkommen zu unserer Besprechung zu Napoleon, dem neuesten Biopic von Ridley Scott. Oh Gott, wir haben uns einen schönen roten aufgemacht. Wir, das bin Gott sei Dank nicht ich alleine, das sage ich auch immer wieder, habe ich das Gefühl. Ich habe bei mir eine Dame und einen Herren. Hallo Dame, hallo Herr. Bonjour, bonsoir meine ich. Ich mache das Biopic zum Bayernpick. Dafür bist du ja auch die HörerInnen. Das sind der Max und die Schlogger, deswegen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Das ist super. Aber ich sollte jetzt mal aufhören, den falschen Dialekt nachzumachen, denn wir bewegen uns ja in einer Epoche, in der wir gucken müssen, dass wir eher ein bisschen Frankophilien wissen. Und jetzt hören wir auf damit. Ich habe aber schon vor dem Podcast gesagt, es gibt heute Anglizismenverbot. Es wird heute bitte alles mit fraktionischem Akzent ausgesprochen, wenn es um filmbezogene Termini geht. Denn das ist auch Gegenstand unserer Klausur am nächsten Mittwoch. Wo wir bei dem Thema sind, sagt mal vielleicht Ladies First, wie heißt das? Fem, 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 Prim, 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 Prim? Fem First. Fem First. Wir lassen das. Fem Fatal. Wie seid ihr denn so gestrickt? Eher Gyschi, LK oder doch eher Klettern und Religion in der Schule Leistungskurs gehabt? Sprich, wie ist so um euer historisches Wissen über den kleinen Franzosen, wie sieht es da aus, Schlogger? Ich kann mich an Napoleon aus der Schulzeit gar nicht erinnern. Das, was ich wusste, ist wahrscheinlich das klassische Wissen, das ich mit den meisten der Deutschen teilen werde. Er war klein, er hat seine Hand in sein Dings reingesteckt, er hatte diesen komischen Hut auf. Da war dann noch irgendwas mit Waterloo und als der Film dann losging, ist mir gerade noch rechtzeitig auch der Name Josephine wieder eingefallen. Mehr wusste ich nicht. Schande, Schande. Das ist ein Armutszeugnis, aber spricht für das Bildungssystem des Bundeslandes, in dem du aufgewachsen bist. Da ist natürlich der Max als Münchner, da ist ein bisschen Erfolgsdruck da als Max. Wie schaut es bei dir aus? Natürlich, ich musste immer auf der Drei-Minus-Welle in Geschichte so ein bisschen und hatte dann auch Deutsch-LK und Mathematik-LK und habe Geschichte ganz weit weggestoßen von mir, weil mich Geschichte einfach nicht interessiert hat, was aber an den Lehrkräften lag, lieber Timo. Ja, das kann ich verstehen. Bei mir im Hause, im Westflügel, da mache ich mir immer ein kleines Teechen, dann mache ich so einen kleinen Kronkerzenleuchter an, also diesen drei, zack, Kronkerzenleuchter. Ich weiß jetzt nicht, wie der, der hat auch bestimmt ein Fachwort, aber ich weiß das gerade einfach nicht aus dem Kopf. Ein Chandelier. Mein Hirn ist voll von Napoleon. Und da du ja Lehrer bist, hast du ja auch sehr viel Zeit, Bücher zu lesen, weil du musst ja immer nur bis 13 Uhr arbeiten. Selbstverständlich, ja. Und die ganzen Ferien fangen wir gar nicht an. Diese sechs Wochen Sommerferien, das ist ja, also, ist das Paradies, kann man nur sagen. Ja. Spaß beiseite. Nein, natürlich ist aus Berufsgründen, weil ich ja natürlich auch noch Geschichte studiert habe und den ganzen Bums als Geschichte, ich habe wirklich Geschichte, Leistungskurs gehabt. Und deswegen ist das Napoleon-Wissen natürlich, sagen wir mal so, jetzt nicht nur der Wikipedia-Artikel gewesen, sondern es ist schon ein bisschen mehr mal gewesen. Das ist im Laufe der Jahre ein bisschen abgeschliffen durch dieses Blöde, wie verwerte ich das für meine Themen und Zwecke und wie sehr behandelt man oder thematisiert man noch Napoleon heutzutage. Das ist ja alles ein bisschen weniger geworden. Aber das ist das Schöne, wenn wir jetzt an unser Publikum und die KinobesucherInnen denken, denn die sollten sich nicht grämen. Denn, seien wir ehrlich, ihr könnt da gerne Einspruch anmelden oder sagen, da seid ihr d'accord, man braucht jetzt gar nicht so viel Vorwissen, um den Film jetzt zumindest zu erfassen oder geht ihr da nicht mit? Ja, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, auf das Pacing. Ich als wenig Vorwissenhaber und Max als noch wenig Vorwissenhabenderer, ich kam da schon mit, aber bei manchen Dingen dachte ich kurz, hä, das ging jetzt aber ganz schön schnell. Ich nehme es einfach mal hin, obwohl es mich interessiert hätte, wie jetzt der Schritt von, keine Ahnung, Konsul zu König dann tatsächlich war, wenn es jetzt der korrekte Schritt war, den ich jetzt beschrieben habe. Es geht ohne Vorwissen, aber es hilft bestimmt, manche Lücken zu füllen, die wir bis zum Directors Cut hier in dem Film einfach hingespissen bekommen. Grundvoraussetzung würde ich sagen, es reicht, wenn man weiß, dass diese Person tatsächlich existiert hat und vielleicht so die ein oder andere Schlacht, damit man sich drauf freuen kann, wenn die auf der Leinwand kommt. Ich habe da schon den Eindruck, dass Ridley Scott sein Biopic so um die großen Schlachten herum drapiert hat, weil das erweckt schon den Eindruck, dass er so ein, das ist der übliche Einstieg, finde ich, für so einen Historienfilm. Es kommt ein kleiner Text, was da so gerade der State of the Art, also der Stand der Dinge ist und dann erzählt er halt das, was er erzählen möchte. Und das ist fragmentarisch, das ist wirklich, das sind Auszüge aus Napoleon, also aus seinem Leben. Ich hatte beispielsweise auch mit einem ganz anderen Einstieg gerechnet, aber da kommen wir im Laufe des Kars auch noch zu. Ich will ihm das gar nicht vorwerfen, es ist nur so, dass man bei ganz vielen Sachen, wenn man jetzt gar nichts weiß, gar nicht so sehr im Regen stehen lassen wird, sondern das Einordnen einem einfach so schwer fällt. Und das ist so ein bisschen der doch dann kleine Vorwurf, wenn man jetzt einen Historienfilm macht und das hat Ridley Scott ja auch, wenn er uns unterhalten will, ja durchaus produziert, dann sollte man auch so ein bisschen einordnen, so ein bisschen vielleicht so Zeitgeschehen, nicht nur mit einem kleinen Text am Anfang, sondern auch wirklich so ein bisschen, dass man ein Gefühl dafür hat, wo man sich da gerade befindet. Ja, also ich hatte das Glück, ich saß ja neben dir im Kino, physisch tatsächlich und hat dann manchmal mich dann so rüber gebeugt und gefragt und ich hätte auch mehr gefragt, wenn wir nicht im Kino gewesen wären. Also ich habe natürlich wichtige Fragen gestellt, wie waren Josefines Haare wirklich so kurz, weil sie hatte eine sehr kurzhaarige Kurzhaarfrisur am Anfang. Aber was mich dann mehr interessiert hätte, also ich finde ja immer Landkarten helfen mir sehr bei solchen Historiendingen und auch um überhaupt zu wissen, wie sah da unser Land oder das, was es damals ja noch nicht gab, aber was waren da überhaupt die Global Player zu dieser Zeit? Also welche Länder waren da überhaupt relevant? Ich meine, wir kriegen es mit, aber die sahen ja nicht so aus, wie sie heute aussahen. Also welche, wir sind in Europa, klar, aber welche Grenzen hat da Frankreich? Das hätte ich gerne auf einer Karte gesehen, sowas habe ich immer gern, das fehlt mir dann bei sowas. Ja, von Indiana Jones lernen heißt, von Siegern lernen, muss man da mal sagen. Dann immer so mit dem klassischen Flugzeug. Das wäre auch schön, wenn sie da Flugzeuge über den Landkarten drüber jetzt fliegen lassen. Aber also mir persönlich ist sowas ehrlich gesagt oftmals wurscht, solange der Film mich dann irgendwie früh genug in seinen Bann zieht. Und ich brauche da auch, also ich kann sehr, also ich habe ein großes, wie sagt man, Auskommen, dass ich im Dunkeln tappe, bis es mich wirklich nervt. Und wir haben teilweise dann die kurzen Einblendungen am Anfang eigentlich schon gereicht. Und vor allem, wenn wir mal ehrlich sind, man kriegt es ja dann auch mit, dass es erstmal so ums, ja, wie sagt man, ums Aufstreben geht oder wie er überhaupt in seine hohe Position dann am Ende gekommen ist. Und das kriegt man dann schon irgendwie mit. Natürlich, wenn es jemanden mehr interessiert, dann fehlt da die ein oder andere Anekdote oder das ein oder andere Ereignis vielleicht, was erklärt werden sollte. Aber also mich persönlich jetzt, ich bin da genügsam. Wenn wir hier noch kurz die harten Fakten reinschmeißen. Also wir haben hier einen relativ langen Film. Also das erwartet man ja auch bei so einem Epos. Schmeiße ich jetzt einfach mal hin, ob es eins ist, können wir noch drüber sprechen. Mit zwei Stunden 38. Und in diesen zwei Stunden 38 geht es ja nicht nur um diese Kämpfe, obwohl die natürlich, wie du gesagt hast, die Schlachten, obwohl die sehr prominent sind. Und ich zum Beispiel, da bin ich wieder der Kacknoob, ich wusste gar nichts über Austerlitz und hatte auch den Trailer nicht vorher gesehen. Und da war ich wirklich so, boah, wie geil ist das denn? Also da war ich richtig froh, nichts zu wissen, weil ich das einfach total toll fand, wie klug das war, inhaltlich und optisch auch geil. Aber ich wollte noch sagen, es ging nicht nur um die Schlachten, sondern es ist eigentlich sehr gut ausbalanciert zwischen auch der Beziehung zu Josefine. Also der Film geht um seinen Aufstieg, seinen Fall, seine Schlachten, aber eben auch viel Raum nimmt diese Beziehung ein. Oder wie seht ihr das? War euch das zu viel Beziehung? War euch das zu viel Schlacht? Oder was habt ihr dazu gedacht, wenn wir jetzt von dieser Einordnung und den ganzen historischen Dingen mal weggehen? Das wäre ohnehin etwas gewesen, was, ich meine, Ridley Scott in der Promo zum Film schon verlautbaren ließ. Dass es also für ihn auch, ich glaube sogar, das Wort Liebesgeschichte ist aufgetaucht. Dass es also eine Geschichte von Napoleon und Josefine sei und dass das der Schwerpunkt eines Films sei. Und über gewisse Phasen gebe ich ihm da durchaus recht. Ich fand diesen Aspekt interessant und er sorgt auch für die ein oder andere tonale Überraschung, wie ich mal sagen würde. Und mir hat das ganz gut gefallen. Das, was ich schwierig finde und das ist wahrscheinlich für den, jetzt sollen wir nicht so auf die Kacke hauen, aber für den jetzt, wer wirklich gar keine Ahnung hat, wer Napoleon ist. Und der sieht natürlich, so wie Max sagte, so die Stationen und kann das so abhaken, aber ohne, dass man so ein bisschen zwischen den Zeilen dazu ergänzt, bleibt es doch dann sehr für sich stehen. Also allein dieser Moment, ziemlich zu Anfang seiner Karriere, wo er da einfach so einen Widerstand wirklich niederbombt. Das wird halt einmal gezeigt, also das ist so eine Szene von 30 Sekunden gefühlt und dann geht es zum nächsten Step. Und da wird es dann, wie ich schon mal sagte, sehr fragmentarisch und das ist dann eher so Stückwerk. Und was jetzt die Liebesgeschichte angeht, das war ja, glaube ich, deine Hauptfrage, Joschi. Da würde ich sagen, also für eine Haupthandlung ist es irgendwie zu wenig und für eine Nebenhandlung ist es irgendwie zu viel. Also ich finde, da ist die Balance nicht wirklich gut getroffen worden. Und da bin ich mal gespannt, ob oder, ja, also welchen Teil dieser Erzählstrang dann in der länger angedachten, im Directors Cut dann einnehmen wird. Ob es dann mehr Politik und Schlachten gibt oder ob die Szenen dann einfach länger sind oder ob es dann mehr Josephine und Napoleon gibt. Das weiß man ja nicht, oder? Nee, ich könnte das nicht beantworten. Ich glaube, ich bräuchte, da würde ich aber später nochmal einen Fokus drauf legen, ich bräuchte definitiv aber bei allem ein bisschen mehr. Weil man schon zumindest das Gefühl hat, man sieht ja einen sehr, sehr langen, ich glaube, Kollege Stuhl hat es auch geschrieben, ein sehr, sehr langer Trailer für den richtigen Film. Finde ich, würde ich jetzt nicht komplett so unterschreiben, aber ist sicherlich ein Aspekt, dass man hier wirklich das Gefühl hat, es ist so, dass auf Kinomaß zurechtgestutzte Napoleon-Biopic und den ganzen Film kriegt ihr dann in schätzungsweise drei bis sechs Monaten bei Apple TV Plus oder halt auch auf physischen Datenträgern, weil der Film ja von Sony ansonsten vertrieben wird. Also ich schätze schon, dass der auch noch eine physische Auswertung bekommt. Ihr merkt schon ein bisschen, liebe HörerInnen, wir haben jetzt mal auf so eine klassische Synopsis verzichtet, weil, machen wir uns nichts vor, die Synopsis wäre, es geht um Napoleon. Das können wir uns an dieser Stelle wirklich sparen, weil da große inhaltliche neue Aspekte werden jetzt gar nicht so aufgedeckt, muss ich jetzt mal so aus Historikersicht, wenn ich nochmal auf die Kacke hauen darf, muss ich da so ergänzen. Apropos, ich wollte noch vorher nicht die Gretchen, sondern die Ridley-Frage stellen, nämlich die Ridley-Scott-Frage. Wie habt ihr es denn mit dem Ridley, liebe Schlogger, wie sieht es bei dir aus? Ich finde den gut. Also ich genieße seine Filme. Ich habe keine Ahnung, Blade Runner, Alien, Gladiator, American Gangster. Ich habe auch Last Duel gesehen, fand ich auch cool. House of Gucci hat mir auch gefallen. Man könnte jetzt natürlich über Prometheus, könnte man jetzt motzen, muss man aber nicht, weil wir kriegen hier einfach Filme, die kann man sich angucken, handwerklich gut und haben immer eine gute Spannung drin. Also bin ich dabei. Auch von mir gibt es Darwin, aber für Ridley-Scott vor allem, weil ich in der Vorbereitung auch The Last Duel recht frisch geguckt habe. Jetzt nicht extra wegen Napoleon, sondern weil es einfach so zeitlich passte. Und der hat mich richtig, ja, von den Socken gehauen. Und da habe ich mir gedacht, oh, wie schön, dass Ridley-Scott jetzt bald wieder einen Film rausbringt, der ein bisschen in der Vergangenheit spielt. Zwar nicht ganz so tief, aber trotzdem, ja, und war ja auch ein bisschen heiß jetzt auf Napoleon. Und du, Timo? Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich hatte das ja schon nach dem Kino gesagt. Ich fand Last Duel ja nicht so cool wie viele in der Bubble. Also mir hat er nicht so viel gegeben. Vor allen Dingen aufgrund dessen, dass die, ich fand die Struktur so ein bisschen problematisch. Also diese drei Perspektiven und eigentlich ist von Anfang an ziemlich klar, dass ab dem Moment, wo die dritte Perspektive gezeigt wird und da steht dann auch noch so in Klammern, das ist die echte. Also so war es wirklich. Da dachte ich so, ja, es war schon fast zu erahnen, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt oder eher doch auf der Seite der, ja, der Männer, die das dominieren und erzählen wollen, da vielleicht eher die eine oder andere Lücke dabei ist. Aber ich bin da auch voll bei dir. Ich mochte House of Gucci, ich bin Gladiator nach wie vor. Natürlich super, fünf Oscars. Allein schon, weil ich da mitgespielt habe, finde ich den super. Und ansonsten Alien ist toll. Blade Runner habe ich ja nicht so den größten Softspot für. Es ist für mich eher ein zu spät gesehenes Werk von Ridley Scott. Ich glaube, ich hätte ihn vielleicht zehn, zwölf Jahre vorsehen müssen, dann hätte ich ihn mehr appreciated, appréciate, oder wie das heißt auf Französisch. Aber ich freue mich immer auf handgemachte Historienfilme und da ist Ridley Scott ja nur wirklich weit vorne. Ja, und vor allem bei Schlachten. Ja. Ja, Ridley und die Schlachten, das wäre ein eigenes Kapitel. Jetzt könnte man natürlich den Punkt noch schon mal vorziehen. Also wenn wir jetzt schon bei so diesen Schauwerten sind und den Schlachten. Ach so. Schloggi, du hattest ja schon gesagt, das ist bei dir, fandst du geil, Austerlitz. Ja, ich hab da schon vorgekriegt. Und sonst? Ja, also ich, Austerlitz, also ich mag auch, man sieht's ja im Trailer schon, also den guck ich dann danach immer. Diese Unterwasseraufnahmen fand ich geil. Diese ganze tausend Perspektiven von ganz weit oben direkt runter, senkrecht runter von der Seite, von denen, die da leiden. Und dann, wie die Kanonen aufbedeckt werden, die ganze Strategie. Also die erste Schlacht, wo wir so ein bisschen Napoleon auch kennenlernen, dass er so ein Stratege ist, die fand ich ging so, weil man auch, ich hab mir eingebildet, man merkt auch krass, dass es innen im Raum gedreht wurde. Also das Licht hat mich nicht gekickt, jetzt wo bei Austerlitz, das ist halt im Schnee, da kann man mit Künstlichem, kann man viel drüber hinwegblenden, dass es eben doch viel CGI ist. Aber Austerlitz und auch Waterloo fand ich cool, weil man eben diese Strategien da sehr gut auch gesehen hat. Also von den Schlachten her fand ich super. Ja, ich bin da auch bei dir. Ich fand das, was ich so schön finde bei Ridley Scott, der ist ja nun mal einfach ein Ästhet, ohne eins so voll auf die Wurst zu geben. Also da wird halt, die Kamera finde ich immer zweckdienlich. Also die ist nie jetzt irgendwie aufreizend oder sehr, sehr überstilisiert. Die hat immer einen Hang zu was Visuellem, aber es ist nie so on the nose, dass du irgendwie denkst, so ja, jetzt zeigt er uns wieder, wie geil er so eine Kamerafahrt macht oder so a la Brian De Palma, Form geht über Inhalt. Das ist schon immer, finde ich, eine gute Symbiose bei ihm. Ja, vor allem, wenn man dann ein bisschen so Making-of-Zeug dann anguckt und natürlich ich als Filmemacher liebe es natürlich dann auch zu gucken, wie die Kameras aufgestellt werden. Und bei Ridley Scott ist es halt schon fast ein bisschen wie bei einer aussterbenden Art, dass du da halt eben auch viele Kameras irgendwie hinstellst, dann auch viele Statisten benutzt. Natürlich wird das dann alles irgendwie mit CGI noch ein bisschen aufgepolstert und aufgeplustert. Aber der hat halt auch keine Angst, irgendwie mal in so eine Totale zu gehen und so ein Schlachtfeld zu zeigen, wie das kilometerweit nach hinten geht. Und das ist halt geil. Weißt du, das gibt dir dann schon ein bisschen ein anderes Gefühl für so ein, sagen wir mal, es ist ja jetzt, so eine Schlacht ist ja nicht das Geilste, was du in deinem Leben irgendwie erlebst, glaube ich. Und da kommt dann schon auch Spannung mit rein und alles. Das kann er ganz gut. Ja stimmt, das müssen wir natürlich auch sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da sitzt und abfeiert, wie geil Krieg ist oder so, sondern man kriegt auch mit, was für eine Verheizung an Menschen da eigentlich passiert, wie wertlos da scheinbar ein Menschenleben einfach geopfert wird, um eben diese Strategien zu verfolgen. Was ich gerade so glorifizierend dahingeschmissen habe, wird in dem Film natürlich auch kritisiert gezeigt. Mensch, jetzt habe ich fast gedacht, dass du sowas glorifizierst. Yes! Was ich aber einerseits angenehm finde und andererseits durchaus Punkte wären, die ein pikierter, sehr, sehr, ich sage jetzt nicht woker, aber ein sehr, sehr kritischer Geist vielleicht nicht so toll findet, ist natürlich, dass wir jetzt das Gegenteil haben von irgendwie eines modernen Blickes auf Kriegsführung oder auf diesen Umgang mit dem bösen Wort Menschmaterial. Also das fehlt hier. Also du hast gesagt, das ist schon irgendwie so ein bisschen drin, aber ich fand es sehr, sehr schön, dass das so unterschwellig da drin ist. Also es ist ja, es kommt ja nie so und das müsste man der Epoche, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr den Dozenten gebe, der Epoche könnte man da durchaus unterstellen, beziehungsweise könnte man durchaus beimengen in so einem Biopic über Napoleon, was da auch so für Strömung aufeinandertreffen. Wir befinden uns ja so ein bisschen im Nachklang der aufklärerischen Thesen und dem Gefühl, dass wir also diesem monarchischen System und Prinzip eigentlich so ein bisschen, dass ihm das eigentlich so ein bisschen widerspricht. Also auch Napoleon selber ja irgendwie sich sehr, sehr republikanisch da geäußert hat. Das kommt im Film auch nicht so gut so vernünftig raus und zur Sprache. Und das macht der Film halt gar nicht. Also es gibt ja dann auch später im Film eine Szene beim Wiener Kongress und das ist ja wirklich die, damals müsste man sagen, das ist so ein bisschen die Neuordnung des europäischen Kontinents. Aber da sagen die Fürsten halt so, also wir haben jetzt alle eigentlich gegen Napoleon gekämpft und kämpfen gegen ihn. Das dient jetzt nicht dazu, irgendwie die Völker zu einen oder zu befreien oder Nationalstaaten zu bilden, sondern es dient eigentlich nur dazu, damit wir alle wieder unsere Ruhe haben und das alte System halt etablieren und sich weiter festigen kann. Und das ist so ein Aspekt. Ich weiß gar nicht, ich würde das jetzt mal mit einem neutralen Punkt versehen. Ich fand es einerseits in Ordnung, weil man so einfach nicht diesen politischen Kommentar aus heutiger Sicht vielleicht so sehr vorantreibt. Aber andererseits hat mir da ein bisschen die Einordnung, wie ich schon einmal sagte, gefehlt. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Und da war mir, mir war es dann zu sehr dieses große Männerding. Also kennt ihr ja vielleicht auch von früher irgendwie so Guido Knob und solche Leute, die dann irgendwie so Hitlers Helfer und Hitlers das und dies und jenes. Und das hat dann alles immer mit einer Person zu tun. Und hier war es dann eher so, zumindest mein Eindruck, könnte gerne sagen, ob es bei euch anders angekommen ist, dass dieser Wiener Kongress sich so zusammenschweißt und jetzt machen wir alle Napoleon platt. Und man denkt so, ja, das ist ein Aspekt, aber es geht eigentlich auch noch um was viel Größeres. Und das fand ich so ein bisschen, kam mir ein bisschen zu kurz. Herr Timo, kommt das alles in der Klausur dran, was Sie gerade gesagt haben? Ja, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, die Stifte sind gezifft oder die iPads. Das ist alles klausurelevant, was hier passiert. Ja, also sowas ist mir schon auch aufgefallen. Es wirkt am Ende wieder ein bisschen so, wobei ich dann natürlich auch dachte, okay, warum soll es nicht so auch teilweise gewesen sein, so ein Stolz- und Ego-Ding. Dass die wirklich alle nur gesagt haben, ja, okay, diesen Napoleon, das ist schon ein nerviger kleiner Zwerg. Gegen den machen wir jetzt noch was mit all unseren Armeen. Warum? Einfach, weil wir den scheiße finden. Genau das, was du gerade gesagt hast, das kam bei mir auch ein bisschen seltsam rüber. Und ich dachte, vielleicht ist das sehr simplifiziert, einen tatsächlichen Fakt dargestellt. Aber diese ganze Politik hinten dran, die wurde im Film natürlich dann nicht gezeigt. Ja, gut, muss ich mir auch anschließen. Tue ich auch. Weiter im Programm. Ich bin mir auch dessen bewusst, dass natürlich sowas wie, also diese Demokratiebestrebungen, die man da ja manchmal so unterstellt und diese Sachen, die sind natürlich da noch nicht so richtig in der Bevölkerung angekommen. Vor allem nicht in den, in den damals ja noch, in den Regionen, die wir heute nun unter Deutschland zusammenfassen. Das ist ja da noch wirklich Wunschgedenken und Wunschgedanken vielmehr. Aber das fand ich schon ganz gut, dass er da auch nicht so viel Zeit drauf verwendet, weil der Fokus ist klar, der ist auf Napoleon. Und du hattest das vorhin schon mal angedeutet, Schlogger, der ist halt auf dieser Beziehung zwischen der guten Josefine und Napoleon und auch so ein bisschen so dieses, wie lernen sie sich kennen. Und ich hab mir die Frage gestellt, so, was hat er eigentlich von ihr? Was sie von ihm hat, ist mir relativ schnell klar. Sie ist eine verwitwerte, alleinstehende Mutter von mindestens zwei, wenn nicht drei Kindern. Und du hattest lustigerweise während der Vorstellung gefragt, Schlogger, wo sind denn jetzt die Kinder? Und das Witzige ist, das passiert mit vielen Figuren hier, dass die irgendwann einfach nicht mehr auftauchen. Da hat man auch wieder dieses Gefühl, das wäre im Directors Cut irgendwie ein bisschen runder oder wird hoffentlich da ein bisschen runder. Aber mir ist nicht so ganz klar gewesen, weil ich es auch aus historischer Sicht nicht weiß, was hat Napoleon von dieser Josefine? Also die Frage, die kann ich dir, und die könnte auch Max dir sehr schnell beantworten. Na, erzähl. Da hab ich den Bias schön hingespielt. Jetzt verwandeln ihn bitte. Ja, Max, was denkst du hatte Napoleon von Josefine? Naja, ähm, sechs. Ja, sorry. Ich glaub, die war richtig gut und selbstbewusst und modern und aufgeschlossen. Ich glaub, die hat, man sieht's im Film nicht, das wird schon sehr einseitig dargestellt. Ich kenn sie jetzt auch nicht persönlich, aber ich vermute, dass die richtig gut im Bett war. Und ich glaub, tatsächlich, die war, also auch so, wie sie dargestellt wurde, schon ein kleines Unikat für die damalige Zeit. Ja, genau. Vielleicht so eine, ja, emanzipierte, ich glaub, das ist so, das ist dieses gute Zusammenspiel. Deswegen, der Film hat mich ja ein bisschen an die Kardashians oder sowas erinnert, weil du da immer so diesen Charakter hattest, von wegen, die können nicht miteinander, die können nicht ohneinander, die tun sich eigentlich nicht gut. In der heutigen Zeit würde man das irgendwie wahrscheinlich eine Art toxische Beziehung nennen. Und ich glaube, dass Napoleon von der Frau einfach gereizt war oder angeregt wurde, weil sie ihm eben auch die Stirn bieten konnte und wollte. Und es ist ja für so kleine Narzissten und so kleine, wie sagt man, Egomanen dann doch auch immer reizvoll, wenn sie sich dann doch mal was erkämpfen müssen und nicht alles so, ja, einfach auf dem Silbertablett bekommen. Und sie war so, aber sie hat ihm dann auch immer, sie hat ja gewusst, wie sie ihn dann behandeln muss, um ihm immer genug zu geben, dass er dann trotzdem wieder zu ihr zurückgekrochen kommt, weil sie hat ja auch eine Taktik verfolgt. Ja, aber dieses, was du sagst, dieses Taktische, das glaube ich, dass Napoleon das nicht hatte. Also es ist schon, ich fand schon, man hat gesehen, jetzt komme ich wieder. Heute ist mein Podcast der, ich muss mir selber meine Aussage revidieren. Natürlich war die nicht nur gut im Bett. Das ist einfach das, was Max da gesagt hat. Sie, ich hatte ausgefühlt, dass sie ziemlich klug, sie wusste, wie sie ihn, wenn ich jetzt einen negativen Begriff manipulieren konnte, die hat den durchschaut. Und oft wird in jetzt aktuellen Texten über den Film ja geschrieben, dass es um die süchtig machende Beziehung zu ihr geht. Also ich glaube, ich unterstelle ihr, dass sie wusste, wie sie Napoleon nach ihr süchtig machen konnte. Ja, also sie hatte natürlich auch was davon, aber man sieht im Film auch, dass es vielleicht nicht die beste, der geilste Partner war. Ich finde, man sieht das halt eigentlich in diesen Bettszenen immer, wenn man so das Artergobumsen, das ist ja alles sehr hasenhaft. Und du weißt halt schon, wie sie, ja, dann, ich meine, wie bald, also er ist dann eben fokussiert auf dieses, auf das Zustoßen und sich befriedigen. Und sie ist dann, ich meine, sie ist da schon in der Oberhand auf eine gewisse Art und Weise. Sie ist den ganzen Film über eigentlich immer, also sie hat ihn in der Hand. Ja, aber eigentlich auch nicht. Das merkt man halt in diesen Szenen. Weiß ich nicht, ob so. Ja, also man merkt dann schon, dass er dann irgendwann kommt. Ich glaube, sie weiß ganz genau, dass er, dass, 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 wenn es hart auf hart kommt, dass er nicht gehen wollen wird. Und deswegen gibt es ja in diesem Film, und da war, da war ich, jetzt, ich steige jetzt mal voll ein, ne. Da war ich dann auch von dem Film bis dahin auch angetan, bis diese Scheidung kam. Und da kam für mich so ein Knackpunkt. Aber egal, wollte ich jetzt bloß mal so als kleinen Teaser irgendwie reinwerfen. Ja, was ich, also, ich habe ja diese Frage so ein bisschen aufgeworfen, weil der Film es mir nicht zeigt, was jetzt Napoleon von ihr hatte. Man weiß ja nur noch aus der Historie, dass sie damals noch, als sie sich kennengelernt haben, vom Status her tatsächlich ein bisschen über ihm stand und quasi in der Gesellschaft etwas anerkannter war und bekannter war als er. Und er gleichzeitig natürlich neben der finanziellen Absicherung auch einfach ihr ausschweifendes Leben finanziert und refinanziert. Das heißt, die haben sich schon gegenseitig bedingt. Er konnte von ihrem Status profitieren, sie hat die Kohle gebraucht, um das mal zu platt zu sagen. Und das finde ich halt spannend, dass der Film das so ein bisschen ausklammert und uns diese, diese doch ja irgendwie, und da sind sich ja nun einige Biografien noch einig, das war schon wirklich eine ernsthafte Liebe. Also Napoleon war ernsthaft verliebt in Josefine. Und das ist natürlich eingedenk der anderen Zeiten, anderen Sitten zur Schaustellung, die wir hier haben. Also es ist natürlich so, dass wir dann sehen, ich finde, wir können hier echt spoilern, weil das sind alles Sachen, die man auch wissen könnte, wenn man den Film, also ich finde, das erahnt man alles, weil das auch so ein bisschen zur Zeit gehört. Natürlich haben beide eine Affäre oder mehrere Affären, bei Napoleon ist aber dafür, es wird quasi mir suggeriert, dass er dafür seinen Ägyptenfeldzug unterbricht und wieder heim muss, weil die Josefine, weil er so eifersüchtig ist, weil er auch so leidenschaftlich ist. Und sie fragt ihn dann, hattest du nicht auch Affären? Und er sagt, natürlich hatte ich das, ist doch klar, also das gehört doch dazu, aber das ist was anderes. Und das ist schön so als Zeitdokument, dass man so merkt, so dieser Double Standard ist da total drin. Also bei einem Mann ist das natürlich total normal und auch angebracht, dass der Affären hat und das gehört ja dazu. Muss er ja, oh, 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 oh. Ja, genau, so ist es. Und dann kommt natürlich dieser schöne Aspekt hinzu, dass sie irgendwann, also diese Scheidung ist ja keine Scheidung, weil die Liebe erlischt, so wie wir es aus romantischer Sicht vielleicht sagen würden, sondern es ist ja eine reine Statussicherung, eine reine dynastische Sicherung. Es ist eine politische Entscheidung. Absolut, also das hat nichts mit, wir haben uns auseinandergelebt, so würde man heute sagen, das ist komplett anders so, sondern die ist tatsächlich, sie soll halt Nachwuchs generieren, also bitte einen Sohn und das geht halt nicht mehr. Und das sorgt für einige durchaus unangenehme Szenen, wie ich finde, aber im Endeffekt kriegt der Film, finde ich, immer ganz gut die Kurve, dass er da nicht allzu misogyn wird, wie ich finde. Ja, da kommt auch das, was ich vorhin bei Max schon einschmeißen wollte, also man sieht, es geht ja eben darum, dass ein Stadthalter gemacht werden soll und es wird im Gegensatz zu ganz alten Zeiten noch nicht automatisch angenommen, okay, es liegt nur an der Frau, dass es nicht klappt, sondern es wird ja auch getestet, in Anführungszeichen, ich hoffe ihr hört meine Anführungszeichen, ob Napoleon fähig ist, ob es an ihm liegen könnte, indem er einfach mal eine andere Frau schnell schwängert und tada, es liegt nicht an ihm. Wir wissen auch nicht, ob es, keine Ahnung, wie oft die tatsächlich Sex hatten, ob das einfach nur Pech war, glaube ich nicht. Jedenfalls, er wirft ihr auch vor, sie sei schuldig, dass das nicht klappt, so ein bisschen dieses, das sind halt die Einstellungen und Sitten von damals, aber man merkt trotzdem, dass sie da die Oberhand hat. Also an diesem Mechanismus hat man das gemerkt, der ist so ein bisschen, wir haben die klassischen Probleme, aber nach außen hin und das führt auch zu Streit zwischen den beiden, auch öffentlich, aber nach hinten drin geht es dann doch nicht darum. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde, was der Film eben auch bis zu dem Zeitpunkt oder sagen wir mal eigentlich durchgehend ganz gut macht, das ist die Art und Weise oder wahrscheinlich ist es auch Verdienst von Joaquin Phoenix, dass Napoleon immer wieder, da kommt der Menschenaufweg, kommt immer durch. Also diese Triebgesteuertheit, dieses, dass ihm mal eine, ich würde jetzt sagen, eine Sicherung durchbrennt gut in einer gewissen Art und Weise, dass er eben dann doch relativ leicht zu steuern ist, was komisch ist für jemanden, der eben als so großer Stratege irgendwie dann bekannt ist und dieses Spiel, also in der Figur Napoleon finde ich eigentlich ganz gut. Ja, aber es passt ja zum Ego. Also er muss ja ein Ego-Problem gehabt haben. Ja, natürlich passt das zum Ego. Ich will nur eben, dass es nicht so rüberkommt, dass ich die ganzen Handlungen von ihr oder sowas jetzt rein berechnend und die böse Frau will ihn bloß ausnehmen, so sieht, sondern ich finde, sie weiß eben mit den Gegebenheiten so zu spielen und ich finde es sehr gut, dass sie eine Person ist, die sich dann solche Sachen nicht gefallen lässt. Und dass eben ihr, in Anführungsstrichen, Gegenspieler oder Partner, kann man ja dann sehen, situationsbedingt, wie es ist, eben Napoleon ist, das macht eben da so einen gewissen Reiz aus, finde ich. Ja, aber auf der anderen Seite, also wir reden jetzt hier, als wäre das eine totale moderne, ausgeglichene Beziehung, das ist es ja überhaupt nicht. Also die kriegt, da wird da sehr viel leiden und sehr viel mitmachen müssen und man denkt schon die ganze Zeit, also der geht es auch nicht, der geht es nicht so gut da eigentlich. Ja, sie ist halt eingesperrt. Ja, sie ist eingesperrt. Das muss man auch wieder sagen, das ist so dieser typische goldene Käfig. Das ist aber auch, also sagen wir mal, für die damaligen Verhältnisse, also heutzutage könnte man sowas dann nicht mehr machen, für die damaligen Verhältnisse war es wahrscheinlich als Frau dann eher noch ein Glücksgriff, wenn sie dann in so eine Situation gekommen ist. Wir sind immer froh, dass es jetzt nicht mehr so ist und von dem her hat sie dieses Spiel auch ja auch bewusst gewählt oder mitgemacht und während man von Napoleon ja so eine gewisse Liebe irgendwie auch immer mitbekommt, auch in der Art und Weise, wie er die Briefe geschrieben hat und so weiter und so fort. Und hat sie, also ich weiß nicht, ob sie in dem Film ein einziges Mal gesagt hat, dass sie ihn liebt oder vermisst. Ja, erst nachdem dann sie eben schreiben musste, um noch irgendwas zu gelten. Ja, das spricht auch Bände. Aber du sprichst ja schon, du hast ja schon Jorkin Phoenix angesprochen, da können wir doch Odatimo zu den Schauspielern mal springen, wie die denn so waren. Ja, ich würde noch einen Aspekt ergänzen, weil ich finde diese, ich kann mich nicht mehr erinnern, inwieweit die Trauungsszene sehr üppig war, aber ich glaube sie war doch, es gab natürlich diesen sehr, sehr leidenschaftlichen Kuss und das war ja auch schon für damalige Zeiten zumindest ungewöhnlich. Ob es sich so zugehalten hat, weiß ich nicht. Aber die Scheidungsszene in Öffentlichkeit, die macht ja zweierlei deutlich. Erstmal, dass das also jetzt nicht hinter verschlossenen Türen stattzufinden hat, sondern dass es die Öffentlichkeit auch mitkriegen soll. Da natürlich auch die Schmach, du kannst mir kein Kind gebären, das kommt natürlich nicht so ganz zur Sprache, aber jeder weiß es ja und in der vorgehaltenen Hand wird da ja getuschelt, wie man so schön sagt. Aber wie stark ist diese Szene, die auch dann klar macht, also ich fand ihn dann wirklich eine arme Wurst, der dann sich mit wirklich körperlich und physischer Gewalt helfen muss und sie quasi in Reihe bringen muss. Während sie aber ganz, ganz, auch ganz, ganz zart wirkt und ganz, ganz zerbrechlich wirkt einmal in diesem Moment, weil sie, und da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie ich das deuten darf. Denn sie ist ja im Gegensatz zu vielen anderen Geliebten oder Ex-Ehefrauen dieser Zeit, ist sie ja danach versorgt. Also es ist ja alles, ich sag mal so, das Finanzielle ist geklärt. Sie bekommt einen festen Wohnsitz und zwar keinen schlechten, wie wir dann auch sehen. Insofern entspricht das jetzt, es ist ja nicht die Heinrich der Achte Nummer, wo irgendwie acht Ehefrauen halbwegs um die Ecke gebracht werden müssen oder auch mal gekreuzigt werden müssen und solche Sachen gemacht werden müssen. Sondern das ist ja alles in Reihe, also es ist ja sehr, sehr moderat, wie Napoleon mit ihr umgeht. Und das spricht dann wieder für die, ja in der Forschung wirklich vorherrschende These, dass die sich wirklich romantisch geliebt haben. Also wäre so ein moderner Begriff natürlich, aber das scheint wohl sowas wie, in dem komischen gesellschaftlichen Rahmen, den es gab, war das wohl echte Liebe. Und das finde ich, kriegt der Film ganz gut hin, mir das zu zeigen. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich hatte ja gefragt, wo sind die Kinder? Und später taucht ja ein Kind auf von ihr, kurz, und anscheinend durften die dann ja auch da leben. Und das ist dann bestimmt auch ziemlich modern. Ja, das zum einen. Und zum anderen steigt das ja auch nochmal so das Verhältnis, was Napoleon mit seinen Stiefkindern hat, nämlich gar keins. Ja. Das ignoriert der Film einfach mal komplett. Ja, aber gar keins ist besser als ignorieren und töten lassen, denke ich mal, für die Zeit. Ja, genau. Also das sind ja nun auch keine Bastarde, aber in dem Moment könnte man das machen. So, dann lasst uns jetzt mal über die Schauspielleistungen der beiden Mains reden, also Joaquin Phoenix und Vanessa Kirby. Ich würde auch hier sagen, gehen wir mal zuerst von Dame zu Frau. Von Dame zu Frau. Von Frau zu Mann. Was jetzt? Und zwar nicht jetzt bei euch beiden, sondern Vanessa Kirby würde ich jetzt zuerst mal erwähnen wollen, weil ich finde sie eine Klasse stärker als Joaquin Phoenix, der für mich hier ein bisschen zu lange und zu häufig in diesem Bow is Afraid Modus ist. Diesen bisschen hibbeligen, unsicheren, neurotischen, kleinen Bonaparte mimt. Ich weiß nicht, Max, bist du da anderer Meinung oder gehst du damit? Ja, leicht anderer Meinung, aber tatsächlich nur leicht. Also ich fand ihn stärker als sie, liegt aber vielleicht bei ihr tatsächlich ein bisschen mehr an der Figur. Ich weiß nicht, ob aus Josephine nicht mehr rauszuquetschen war oder. Also ich finde, dass man bei Phoenix schon irgendwie gemerkt hat, dass der entweder schon länger mit Scott an dem Charakter irgendwie gestrickt hat, um den zu entwickeln. Da gibt es ja ein paar so Geschichten, wie das irgendwie entstanden ist, dass er glaube ich am Anfang irgendwie abgesagt hat oder sowas. Keine Ahnung. Ja gut, und er bringt halt dann so seine Künstlerattitüde immer mit rein. Bei ihr muss ich tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ich fand sie sehr zweidimensional. Eindimensional ist zu wenig, aber sie hat da echt gute Momente, aber sie hat auch oft so diesen, weiß nicht, so einen nichtssagenden Flow in ihrem Charakter drin. Sie ist eigentlich immer stark, wenn sie sich tatsächlich in Konfrontation mit ihm befindet. Weil ich finde, das harmoniert dann gut, dieses Zusammenspiel zwischen beiden. Aber so rein die Aura oder so, also sie hat sie mich nicht so ganz überzeugt tatsächlich. Ich könnte mir denken, dass da vielleicht im Directors Cut noch ein bisschen mehr käme. Ja, also wir haben hier immer dieses große Damokless-Schwert, den Directors Cut, dass man sich dauernd fragt, was wurde hier geopfert und wie viel geiler könnte potenziell der Directors Cut sein, der ja 100 Minuten länger sein soll. Also das ist ja krass. Und wir haben ja jetzt beide Schauspieler gemischt, also Joaquin Phoenix und Vanessa Kirby. Vanessa Körper kannte ich überhaupt nicht, ich kannte sie aus gar nichts. Das war das erste Mal, dass ich sie gesehen habe, das fand ich ganz erfrischend. Ich kannte in dem ganzen Film nur Joaquin Phoenix und hier, wie hieß er, Rupert Everett, der ja auch relativ spät erst auftaucht. Und deswegen fand ich es ganz frisch, eben sie zu sehen. Sie hat mir auch gut gefallen. Ich mochte, wie du gesagt hast, Max, auch die Szene, in der sie sich dann ein bisschen wert und ein bisschen tougher wirkte. Auch das Gleiche, wie du gesagt hast, Timo, mit Joaquin Phoenix. Ich bin es eigentlich von ihm gewohnt, dass er sich Figuren richtig zu eigen macht. Dass er was Eigenes daraus formt. Hier sei es beim Joker oder bei Gladiator oder bei Her. Aber irgendwie, er sieht immer recht ähnlich aus und trotzdem allein durch seinen Vibe und sein Verhalten ist es was ganz Eigenes. Und du kannst die gar nicht vergleichen, die Rollen. Und hier fand ich das eben nicht. Hier hatte ich das Gefühl, ich habe die ganze Zeit gemerkt, das ist Joaquin Phoenix, der eine Rolle spielt. Also es ist einmal dieses Mischmasch aus dem etwas verzweifelten, hilflosen Bo is Afraid. Und dann kam ja wieder, passt eben auch zum Historischen, so ein bisschen aus Gladiator seine Rolle rein. Was ja per se nicht schlecht ist, weil Menschen sind ja nicht so schwarz-weiß, wie Filme uns oft zeigen. Also es war ja auch ein ganz cooler Kontrast. Dieses zum Strategen sein, sein Verfallen und wieder dieses süchtig nach Josephine seiende. Und auch, es wird ja nicht nur durch Joaquin, auch wir sehen ja in Szenen am Anfang, dass er sich so die Ohren zuhält, wenn die Kanonen geschossen werden. Und da war ich als Filmgucker kurz verwirrt. Soll uns das zeigen, dass er irgendwie schwächlich ist, weil er sich die Ohren zuhält? Und später sieht man ja dann, nee, alle halten sich die Ohren zu. Aber da war ich kurz vom Film irritiert, was er da von mir wollte, warum er von Anfang an nicht alle zeigt, die sich die Ohren zu halten, sondern nur so einen Fokus auf ihn legt. Was mir das, was der Film mir da direkt über Napoleons Karakter zeigen soll. Ja, wobei, wobei tatsächlich, das habe ich auch so interpretiert. Dass so, dadurch, dass die Kamera weiter aufgeht, zeigt man eben auch, dass es halt im Prinzip normal ist. Und ich glaube sogar, dass er in den letzten Szenen, dass er das dann gar nicht mehr gemacht hat, meine ich mich zu erinnern. Also, dass man da schon so eine kleine Entwicklung irgendwie bekommt. Und ich finde ja auch, du merkst ja, wie die, also was mir echt gut gefallen hat, als er diese Belagerung in Toulon da am Anfang da geführt hat. Und wie nervös er da war, bevor er aufs Pferd steigt und dann losreitet, das Pferd dann die Kanonenkugel abbekommt, diese Stelle, fand ich echt, also, halt eben auch wieder sehr, sehr überzeugend gespielt. Meinetwegen ist es dann auch jetzt so die einzige Stelle, in der ich jetzt sage, dass er mich da wirklich so Oscar-mäßig irgendwie überzeugt hat. Dem würde ich jetzt sogar zustimmen. Aber trotzdem, es ist halt wieder was, wo du merkst, der ist schon ein kleiner Ausnahmekünstler irgendwie. Also, das Gegenteil zu dem, was ich gesagt habe. Vielleicht hat Napoleon ja auch Joaquin Phoenix gespielt. Bevor wir hier vielleicht über den Ton noch sprechen oder noch mehr über die Schauspieler, Timo, machst du einfach, hier dieses, wo das Pferd angeschossen wird, der Film ist ja ab zwölf, oder? Und diese Szene, wo dieses Film da in der Brust zersplittert wird. Nee, man kann es ab zwölf sein, das geht nicht. Ja. Ich würde da gerne später nochmal einen größeren Diskussionspunkt aufmachen und eine Sache noch sagen. Ich weiß aus, in Anführungsstrichen, gut unterrichteten Quellen, so Variety und so weiter, dass es nicht so ganz so einfach ist, mit Joaquin Phoenix zu arbeiten, weil er immer so von Selbstzweifeln geplagt ist. Also, der kommt auch gerne mal nach zwei Wochen ans Set, nachdem man so zwei Wochen, drei Wochen gedreht hat. Und das meine ich war bei Joker auch schon so, dass er da auf einmal sitzt und sagt, ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig spiele. Und das ist so, ich finde, das merkt man wieder nicht im fertigen Film. Ich finde aber schon, dass man so die verschiedenen Töne sozusagen in seinem Charakter schon ausmachen kann. Also, Napoleon ist hier wirklich mal so eine kleine Wurst und mal ist er so ein arroganter, von sich selbst überzeugter, großer Feldherr. Das finde ich dann immer ganz spannend und das ist, glaube ich, etwas, was auch nur Joaquin Phoenix so in dieser Amivalenz spielen kann, weil er dieser, er ist halt nicht die Nero, der so Method reingeht und sofort auch weiß, wie er das machen muss. Oder zumindest früher mal Method gemacht hat, sondern er ist halt Method und gleichzeitig ist er so, ja, aber ist das denn richtig, wie ich das mache? Also, können wir uns mal hinsetzen? Und ich glaube, Ridley Scott ist auch, ich habe so ein kleines YouTube-Video von den beiden gesehen, wie sie sich gegenseitig ein bisschen mit Fragen löchern. Und es ist halt so, nach dem Motto, ey, you're fucking annoying. Also, du bist halt echt, du gehst mir voll auf die Nerven, sagt dann Ridley Scott über seinen Hauptdarsteller. Und das ist dann schon so eine, ist ja auch lustig, weil die sich ja dann auch, das ist jetzt nicht so eine Beziehung wie zwischen Scorsese und De Niro oder DiCaprio, sondern die haben sich halt auch mal fast 25 Jahre, sind die sich eher aus dem Weg gegangen oder haben nicht miteinander gearbeitet. Und das ist schon lustig, wenn man das bedenkt, dass es ja so andere Traumpaare gibt und das ja so ein bisschen als Wiedervereinigung ja auch sterilisiert wurde, wie Bruno Labbadia sagen würde, um einen kleinen Fußballwitz zu machen. So, wir wollten jetzt, oder ihr wolltet über Brutalität sprechen, weil ich finde, das schiebe ich schon mal vorweg, der Film ist wirklich ab 12 freigegeben und ich musste schon in der Eingangsszene mich, also da habe ich mich gefragt, seid ihr verrückt? Weil, das können wir hier gerne sagen, der Film fängt an mit den jeweiligen Enthauptungen von Marie Antoinette und König Ludwig und die von König Ludwig hören wir nur und da dachte ich, cooler Einstieg, auch wenn ich einen ganz anderen erwartet hatte. Den von Marie Antoinette, den sehen wir und zwar, wie ich finde, in all seiner furchtbaren Pracht. Also da wird dann auch der Kopf nach oben gehalten und wir sehen den enthaupteten Schädel und da muss ich echt sagen, finde ich nach Killers auf der Flow Moon eine von zwei FSK-Entscheidungen der letzten Zeit, die ich nicht so nachvollziehen kann. Ich weiß ja auch gar nicht, was da das Argument ist, weil es noch keine Begründung gibt in schriftlicher Form. Ich weiß nicht, ist das, weil das jetzt historisch ist oder warum meint ihr, geht das? Also der hat jetzt nicht überbordende Brutalität, aber es ist so Szenen wie, als sich hier Robespierre selbst umbringen will und sich da durch die Backe schießt und dann sehen wir, wie, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, Napoleons Bruder, ihm mit den Fingern in die Wunde rein stochert. So was macht man nicht in einem FSK-12-Film. Ja, überhaupt. So eine Szene muss dann raus. Jetzt hat Timo schon gesagt, also die Enthauptung, das ist irgendwie ein No-Go. Ab dem Zeitpunkt kriegt er für mich eigentlich einen 16er-Stempel. Ich habe den ersten 30. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Oder gibt es da noch irgendeine Fassung, die dann das nicht zeigt? Keine Ahnung. Aber ich bin davon ausgegangen, die Fassung, die ich sehe, ist eine 16er-Fassung. Punkt. Ich glaube, das Einzige, was eine 12er-Fassung ist, ist der Umgang mit Brüsten. Nämlich null. Aber das, da war ja extrem. Warst du enttäuscht? So ein großer Brustfreund, wenn ich dann rausgehe und keine Brust sehe, dann muss ich weinen. Das war ein schöner Reim. Wenn ich dann rausgehe und ich keine Brust sehe, das ist ein schönes. Ein kleines Sonnett von Max Rauscher. Meine Freundin, die gerade hinter mir sitzt, die stimmt meinen Worten zu. Wir merken es ja hier auch, die Tonalität im Podcast. Und man weiß nicht, reden wir ernst drüber, reden wir nicht ernst drüber. Und das ist beim Film auch manchmal das Problem. Oder Timo? Ich finde das gar nicht so das Problem, ich war eher überrascht. Also ich habe das, ich habe bei Letterboxd auch so eine, ich schreibe da mittlerweile nicht mehr so lang, weil ich keine Lust dazu habe. Aber wenn so ein kleines Kurzfazit oder so eine kleine Kurzkritik kommt. Und ich habe wirklich gedacht, das ist hier House of Bonaparte. Also da ist so viel House of Gucci drin. Das ist wirklich skurril, lustig. Ich habe zwei, dreimal wirklich herzhaft gelacht. Das ist eine Mischung aus seinen zwei letzten Regiearbeiten irgendwie. Ja, absolut. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt mal ganz kurz den Exkurs, bevor ich ihn vergesse, kennt ihr die Serie The Terror? Leider nicht. Weil die ist ja von Ridley Scott, da ist er glaube ich Producer oder Executive Producer. Und die gibt es ja noch auf Prime. Da geht es ja um so ein Schiff, das irgendwie bei irgendeiner Expedition in der Antarktis, oben Norden, hängen bleibt. Und die ganzen Soldaten dann irgendwie übers Eis laufen müssen und dann verschwinden. Das ist auch auf einer Warngeschichte. Und The Terror und Napoleon haben den gleichen Vibe. Und ich bin die ganze Zeit dringesessen, weil ich The Terror geliebt habe. Also die erste Staffel. Und das hat mich so richtig, oh schön, das jetzt mal auf großer Leinwand irgendwie zu sehen. Dann kam die Scheidung. So, und jetzt dürft ihr wieder. Also ja, was ihr gesagt habt, manchmal, wir haben dieses, teilweise wirkt es total albern und so ein bisschen zu modern. Also als würde man sich ein bisschen drüber lustig machen, als sollte es witzig sein. Und dann wieder das ganz Ernste. Aber nicht unbedingt, dass es in den Eheszenen albern war und in den Kampfszenen ernst, sondern nee, es wurde wild durcheinander gemischt. Ist ja schon auch dann so eine kleine Hofsatire. Also das fand ich dann schon. Und da sind dann die Lacher, weil das ja auch manchmal Lacher sind, die einem im Halse stecken bleiben sollen. Und das kriegt er wirklich ganz gut hin. Nee, wir haben ja auch die, wo einer wird ja abgeholt und währenddessen sehen wir total lange, wie seine fette Frau jammert. Also übertrieben lang. Das war ein bisschen albern. Da war ich auf dem Klo. Ja, tatsächlich, tut mir leid. Ich habe den Film nicht komplett gesehen. Sorry. Aber nee. Macht nicht. Aber schon auch so ein paar so Sachen. Also ich meine, da gab es doch auch irgendwie so eine Szene, bei der Napoleon unbedingt bumsen wollte. Und dann irgendwie so. Das waren ja so ein paar so Dinge, bei denen ich jetzt sage, okay, keine Ahnung, was das jetzt hier irgendwie darstellen soll. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass sowas mit drin ist, weil dann wirkt es nicht so dröge wie, keine Ahnung, so wie ich mir Downton Abbey oder sowas vorstelle. Was jetzt noch lustig gewesen wäre, wäre, wenn Joaquin Phoenix natürlich wie in The Office immer mal die vierte Wand durchbrochen hätte und sie ihn dann interviewt hätten. Aber das ist wahrscheinlich zu viel verlangt. Ich dachte zwischendurch, jetzt kommt gleich Jared Leto vorbei und dreht hier richtig frei und gibt dem Affenzucker. Ich bin dein explodiertes Pferd. Bonaparte. Der Geist des explodiertes Pferdes. Pferdes. Okay. Sorry. Wir hatten vorhin schon mal so ein bisschen über das Pacing gesprochen und das ist eine Sache, die wir jetzt, wir haben ja schon diverse Male erwähnt, Directors Cut und der geht deutlich länger. Ja, eines meiner Probleme war dieses Rein- und Rausschreiben von Figuren, was so völlig unrund wirkt. Ich nehme mal als Beispiel diesen Paul de Baran oder Baran. Das ist ja, am Anfang des Films wird er so als enger Vertrauter von Napoleon etabliert und das war wohl auch historisch. Also der hat unter anderem ja auch dafür gesorgt, dass Napoleon sich mit Josefine vermählt und im Film kommt das glaube ich auch, gibt es einen kurzen Dialog zwischen den beiden, wenn ich mich richtig erinnere. Aber der ist dann irgendwann nicht mehr so richtig da, weil er natürlich auch irgendwie zu den Widersachern in diesem Triumvirat, also diese drei Konsulen, da irgendwie mitmischt. Und dann irgendwie wird aber nie so ganz klar, wie die jetzt auf der, wie jetzt die Antipathien oder wie jetzt die jeweiligen Positionen sind. Und was ich noch viel eklatanter fand, Napoleons Bruder wird hier relativ lange etabliert als Figur, die mit dabei ist, die ihm immer zur Seite steht und auf einmal ist er einfach weg. Und da würde ich jetzt schon davon ausgehen, ich gehe auch davon aus, ich gehe aber davon aus, weil das nun wirklich, der war ja nun auch auf sämtlichen Feldzügen immer mit dabei. Dabei, da wünsche ich mir im Directors Cut zumindest für die Figur so eine Closure und so ein bisschen eine Abrundung, dass der dann einfach auch seinen Moment bekommt und mir auch ein bisschen klarer wird. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, es sind so ein paar Szenen dabei, da denke ich mir, die sind nicht zu Ende, also da müsste noch mehr folgen, damit ich sie besser ins Gesamtfilmkontext oder eine einordnen könnte. Und dann gibt es Szenen, da frage ich mich, warum sind die drin? Ohne zu spoilern, es gibt eine Szene, wo er eine Mumie aufmacht, ein Sarkophag öffnet. Danke, dass du es sagst. Und dann irgendwie da dran ist und man denkt so, was soll das denn jetzt gerade? Tatsächlich, ja, so nee, tatsächlich so im, also überhaupt der Satz, dass du sagst, dass du dir manchmal die Frage gestellt hast, warum die Szenen dann überhaupt drin sind, das ist mir oft vorgekommen, vor allem glaube ich in der zweiten Hälfte. Oder auf dem Weg zu Waterloo hin, sagen wir es mal so, da, da habe ich dann schon irgendwie gemerkt, oh, 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 fuck, Film, du verlierst mich und ich will doch Waterloo noch genießen, aber wenn du mich jetzt verlierst, dann bin ich da beleidigt. Zack, passiert, Pechkamp. So, auf jeden Fall, solche Sachen wie die in Ägypten oder so, das sind so, keine Ahnung, ja, es sieht schön geil aus, wenn du so eine Pyramide sprengst oder wenn du dann vor der Sphinx stehst oder einen Sarkophag aufmachst. Aber so richtig, im Prinzip hat es ja nur Zeit gekostet, finde ich. Ist das ein Förderungsding? Ein Förderungsding, glaubst du? Ist das von Ägyptenförderung abgeräumt? Keine Ahnung. Tourismus. Weiß nicht. Visit Egypt. Ihr müsst eine Mumie zeigen. The land where Napoleon was. Nee, das ist doch so bei Förderungen, du kriegst doch ganz viele Förderungen, weil du ganz kurz was aus dem Land oder aus der Stadt dann eben zeigen musst. Gut, es wäre tatsächlich, ich finde, wenn ich da jetzt so Pacing-Geschichten, ich mag es ja auch immer gar nicht, den Schnitt irgendwie zu kritisieren, aber in dem Film, das wäre schon, es hätte sich, sagen wir mal, geeignet, da auch mal ein paar so Montagen irgendwie zu schneiden, wie es Scorsese vielleicht unter Umständen macht. Weil ich glaube nämlich nicht, dass der Directors Cut durch seine zunehmende Länge, er mag vielleicht mehr erzählen, aber er wird dadurch nicht besser, glaube ich, der Film. Das ist so. Runder, glaube ich, aber schon. Ja, ja, runter vielleicht schon, weil du ja mehr Informationen auch verarbeiten kannst, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass, also ich glaube, der hätte da sehr viele mehr Darlings killen müssen. Der hätte, meinetwegen, auch sehr viel später erst einsteigen können oder sonst irgendwas. Das ist jetzt Kritik auf absolut blödem und hohem Niveau, weil natürlich, wenn du so eine Figur wie Napoleon von Anfang bis Ende irgendwie beschreiben willst, dann machst du das nicht in 90 Minuten. Das ist schon klar, aber das ist ja fast schon ein Ding der Unmöglichkeit, das dann irgendwie so auf zweieinhalb Stunden so zu bringen, dass auf der einen Seite die Information nicht fehlt, aber auf der anderen Seite eben auch der Film nicht zu öde wird. Weil so eine politische Laufbahn, sind wir mal ehrlich, da ist es halt auch nicht immer durchgehend spannend und da kann man auch Dinge weglassen. Die Frage ist nur, wie der Schnitt es schafft, dir diese Lücken zu erklären, weil Möglichkeiten gibt es genug, dass du da durch verschiedene Sachen irgendwas einbaust. Nur sind die halt jetzt meines Erachtens dann nicht genutzt worden. Und machen wir uns nichts vor, das ist ja, ich komme jetzt mal von meinem Berufsstand her, da verknappen wir natürlich auch Dinge und Zusammenhänge sehr, sehr schnell und die ganzen unterschiedlichen Richtungen in diesen Phasen der Französischen Revolution, dass das Gott nicht so viel Augenmerk drauf legt, das verstehe ich sogar, weil das wirklich hochkomplizierte und hochkomplexe Vorgänge sind mit dem Terror und mit dieser Schreckensherrschaft und was da alles passiert, also wo die Guillotine quasi nicht still steht. Das kann ich schon verstehen. Das ist vielleicht etwas, auch wieder, wo Ridley Scott noch mehr so seine Ridley Scott-Things tut, wenn er den Directors Cut da noch, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der auch noch ein bisschen fleischiger wird und ein bisschen mehr von diesen brutaleren Szenen zeigt. Denn hier sind ja so vielleicht so zwei, drei Gewaltspitzen, die dann aber sehr extrem sind. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er da ein bisschen Bock hat, noch ein bisschen mehr zu zeigen. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, ich fand den Film jetzt im Vergleich natürlich zu Scorsese's Killers of the Flower Moon, der doch ja schon auch so einen Moment hatte für mich zumindest, wo ich dachte, okay, jetzt könnte es so langsam auch mal zu Ende gehen und dann fragt man sich gleichzeitig, Mensch, wann kommt ein Jesse Plemons eigentlich nochmal? Weil der steht doch auf mein Ticket. Genau, was ist das hier? Wo ist das Plemons? Ich hab den gebucht. Das hatte ich hier bei Napoleon lustigerweise nicht. Man ahnt ja so ein bisschen, wo der letzte Höhepunkt aus Schlachtensicht natürlich stattfinden muss. Das ist Waterloo und danach ist so ein kleiner Epilog noch dabei, aber mit dem konnte ich deutlich besser leben als in vergleichbaren Filmen mit der Länge, muss ich ehrlich sagen. Ich hab gerade überlegt, dass du darüber geredet hast, was der Epilog denn ist. Und ich bin bis jetzt noch nicht drauf gekommen, aber ich hab... Ich wollte gerade sagen, der steht von Elba. Ja, Elba, genau. Da ist er dann halt. Also das hab ich... Ich hatte Waterloo kurz vergessen während des Films und war dann so, ah, stimmt. Okay, also hier, da kommt noch ein Block. Und das fand ich dann ganz cool eigentlich. Und das mit den Längen und allem, das war für mich okay. Also das hat mich dann gefreut, weil der Film, und das werden wir auch im Fazit nochmal sagen, der ist ja nicht doof. Also der hat mich schon unterhalten. Im Gegensatz zu, was ich jetzt öfter über Killers of the Flower Moon gehört habe, ich hab den leider nicht selbst gesehen, dass der sich auch ganz schön gezogen hat teilweise. Also ich fand, Napoleon tatsächlich hat sich länger angefühlt als Killers of the Flower Moon für mich. Aber eben, ich muss es wieder wiederholen, weil er einfach das letzte Drittel hat er irgendwie verkackt. Ich weiß nicht, wie er das bei mir geschafft hat. Aber der hat mich verloren ab dem Zeitpunkt. Es war kurz nach der Scheidung. War nach der Scheidung aus der Litz? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Siehste, da kriege ich den Faden auch nicht mehr hin. Aber irgendwann mal ist Vanessa Kirby in ein anderes Haus gezogen. Und dann hat sich irgendwie bei mir, ich hab's dann verloren. Du wirst dann auch in ein anderes Haus gezogen. Da war so eine Phase drin, die mich einfach, da bin ich abgeschworen. Da dachte ich mir dann, okay, Waterloo mag vielleicht noch kommen, aber ich glaube es passiert. Nein. Ich bin da nicht bei Max. Ich fand, Killers hat sich bei mir deutlich mehr gezogen, weil ich, ohne jetzt diesen Film jetzt nochmal komplett beschwächen zu wollen, da könnt ihr sowieso gerne reinhören. Da haben wir natürlich auch eine relativ ausführliche gemacht, dass du und der David mit mir zusammen. Aber es gab da diesen Courtroom-Moment und ich liebe Courtroom-Filme. Also ich liebe eine Frage der Ehre. Und ich finde sogar The Trial of the Chicago 7 sehr, sehr gelungen. Aber da hat Scorsese mich echt komplett kalk gelassen, weil da irgendwie 0,0, das war einfach nur, okay, jetzt erklären wir nochmal, wie bescheuert eigentlich dieser Prozess ist. Weil die alle genau das machen, was man erwartet und da keiner der Überraschung kommt. Brandon Fraser dreht da völlig am Rad mit seiner Performance. Ich habe die überhaupt nicht verstanden. Und hier, ich bin auch bei, also ich bin inhaltlich sogar bei dir, Max. Ich kann die chronologischen Zusammenhänge auch nicht immer zusammenkriegen bei Napoleon. Aber ich finde gerade so, weil man dann auch so merkt, was Scott mir denn am Ende noch erzählen will, wenn es dann diese Szene gibt, wo geklärt wird, so, wie verfehlt ihr jetzt mit Napoleon verfahren? Und dann hat er da diesen Boy-Scout-Chor da quasi, der Briten. Und dann sagen die, ey, was machen die da drin? Und dann, ja, der erzählt den Geschichten und die hören dem alle so zu, weil die den so, ich glaube, da kommt auch dieses, they admire him oder sowas. Neil Messi. Also den finden die so toll. Und du denkst so, ah ja, gut, Ridley, ich habe jetzt dieses Gefühl, du möchtest doch eher jetzt erzählen, ne? Große Geschichten werden von den großen Männern gemacht. Und der Film endet ja auch jetzt nach der Schlacht von Waterloo und nach dem Epilog auf Elba, endet der ja auch noch mit einer Einblendung, welche Todesopfer das Ganze gefordert hat. Das war dann so der letzte kleine Wink mit dem Zaunfall, sodass auch die großen Männer der Geschichte ja eigentlich immer ihre großen Opferzahlen dann auch dann leider mit sich tragen. Und das war so vielleicht das modernste an diesem Napoleon-Film, wenn es um die Message bezüglich der Schlachten und Kriegsführung geht. Jo, weiß nicht. Also ihr seht es uns nach, dass wir hier tatsächlich jetzt keine innerlichen Spannungsmomente erzeugen wollen, weil man ja wirklich einfach bei Napoleon, es ist jetzt nicht Inglourious Basterds, es wird die Historie nicht umgeschrieben, sondern Napoleon ist am Ende auf Elba, ziemlich alleine und stirbt. Da gibt es also jetzt nicht so viele Überraschungen. Überraschend ist für mich tatsächlich der Ton gewesen. Aber ansonsten, weiß ich, habt ihr noch irgendeinen Aspekt, den wir noch nicht besprochen haben, den ihr noch unbedingt einmal mit uns teilen wollt, wo ihr noch einen Gedanken zu habt? Einen Schlauen am besten? Ja, also einen Schlauen, halbschlau kann ich jetzt nachmachen. Also dieses, dass es manchmal irritierend ist, wenn Franzose perfekt, also wir haben hier im Originalton gesehen, wenn Franzose perfekt Englisch spricht und dann kommen aber die Engländer und sind die großen Feinde, aber beide sprechen gleich gutes Englisch und der Russe spricht dann Englisch mit einem russischen Akzent und der Österreicher spricht Englisch mit einem österreichischen Akzent. Also da lobe ich mir doch immer wieder Inglourious Basterds, der das mit den Sprachen richtig gut gemacht hat. Und hier ist so klar, so ist es halt in Hollywood-Produktionen. Aber da bin ich manchmal, dann denke ich manchmal ja auch schade. Wäre auch cool gewesen, das auf Französisch zu machen. Also das Schlaues kommt von mir definitiv nicht mehr von dem her. Wenn du zum Fazit steuern willst, springe ich aufs Pferd. Ja, ich steige in die Kutsche ein und vor. Ich glaube, bei dem Aspekt kann man es irgendwie nie so richtig, richtig machen als Hollywood-Produktionen, weil du entweder castest du halt wie Tarantino und nimmst halt Native Speaker und muss dann jedem, jeder kriegt seinen Akzent und gleichzeitig fragst du dich, wie reden die überhaupt in Deutschland Englisch oder sowas oder du machst es halt wie Ridley Scott und pfeifst hier mal drauf. Ich habe jetzt House of Gucci, ehrlich gesagt, nicht im Original gesehen, sondern in der Synchro und kann jetzt nicht sagen, ich gehe aber davon aus, dass da schon dieses Italiano sehr, sehr breit getreten wird von unter anderem ja Lady Gaga und wahrscheinlich auch von Jared Leto. Da gehe ich einfach mal von aus. Deswegen, ich bin da. Ja, ich habe es im Original-Turm gesehen. Und das wäre natürlich auch total nervig gewesen, wenn wir hier die ganze Zeit Napoleon auf Englisch mit französischem Akzent gehört hätten. Das hätte ich auch, das wäre noch dämlicher gewesen. Spanischer Akzent wäre d'accord gegangen, aber... Ich habe auch keine Lösung. Das ist nur was, wo mein Gehirn kurz hängen blieb, als dann die Engländer und die Franzosen aufeinanderstoßen, aber einfach gleich zu sprechen. Ich finde es eigentlich ganz gut. Tatsächlich seit dieser Miniserie Tschernobyl... Davor habe ich immer gedacht, du musst doch zumindest mit Akzent irgendwie sprechen. Tschernobyl hat ja dann komplett drauf geschissen und meinte, ja, spricht doch eben jeder so, wie er in Wahrheit spricht. Ende. Und tatsächlich diese Ebene, die vergesse ich dann immer. Ja, das ist ja auch gut. Ja, ich habe es ja auch irgendwann angenommen. Ich hatte ja zwei, über zweieinhalb Stunden Zeit dafür. Und deswegen lasst uns ruhig auf unser Pferd steigen und uns von der Kugel des Fazits jetzt aufhalten lassen. Er zerbersten lassen. Wer zerberstet denn zuerst von euch beiden Schnuckis? Erzählt mal. Ja, also ich sage einfach, ich fand, es ist ja immer bei den Besprechungen, es durchdringt ja die Besprechung, das Fazit. Es ist ja nur die Zusammenfassung dann. Und wie gesagt, Directors Cut, der schwebte schon über dem Film. Manchmal waren Szenen plötzlich zu Ende. Man dachte, hä, was? Ach so, okay, ist zu Ende. Es ist schon das Nächste da. Und es wirkte schon manchmal ein bisschen gehetzt. Aber ich fand den Film sehr unterhaltsam. Also ich fand, das war ein guter Film, den ich mir gerne angehe. Und so als Grundfazit würde ich das auch unterschreiben. Ich würde sagen, also im Prinzip hat er mich unterhalten. Außerdem, ganz ehrlich, sowas siehst du halt heutzutage auch nicht mehr so oft. Und ich mag das, wenn du eben bei großen Schlachten die CGI nicht merkst und trotzdem irgendwie Schauwerte bekommst. Und dass die dann auch irgendwie echt und dreckig wirken, das kriegt er gut hin. Und mein Hauptkritikpunkt, und ich mag es eigentlich nicht sagen, weil ich niemand bin, der groß auf, einen Film soll 100 Fassungen haben und such dir doch dann du selber aus, welche ist. Für mich soll ein Film eine Fassung haben und das ist die richtige und die stimmt. Und gut, ist halt jetzt nicht so. Für mich wären das wahrscheinlich mit dem über allem schwebenden Directors Cut vielleicht zwei gute Filme geworden, nämlich Film 1, Napoleon und seine Schlachten und Film 2, Napoleon und Josephine, die Kardashians des 19. Jahrhunderts. Und da hätte ich wahrscheinlich dann zwei Höchstwertungen rausgehauen. So ist es halt, sagen wir mal, zwei Drittel, drei Viertel lang, hat es mich echt gut unterhalten. Und dann ging der Blutzucker aus dem Gehirn raus. Und spannend, dass es in dem Jahr dieser nicht fertigen Filme passiert. Also wir hatten ja nun wirklich mindestens mal zwei große Blockbuster, die sich mal wieder dieses In-Between-E getraut haben und mal wieder gesagt haben, so wir sind nicht fertig. Wir sind einfach der Mittelteil von irgendwas. Also wir sprechen natürlich über euch beide, Fast X und Across the Spider-Verse. Das hätte man Ridley Scott hier vielleicht auch zutrauen können. Und vielleicht sagt das auch ein bisschen was über seinen Stellenwert in Hollywood aus. Ich meine, Scorsese sucht sich halt Apple TV und produziert dann für knapp 200 Millionen Kilos auf der Flow-Moon. Der Film jetzt hier wird vielleicht ein wenig günstiger gewesen sein, auch wenn man es nicht sieht, weil der wirklich, was so Ausstattung angeht, also das muss ich auch nochmal sagen, du tauchst halt wirklich mal zweieinhalb Stunden in die Zeit von damals ein und hast nicht das Gefühl, dass du jetzt so Leute in Kostümen siehst, sondern du hast wirklich das Gefühl, das ist so authentisch wie möglich. Ist auch Apple TV, oder? Ist auf jeden Fall Apple TV, aber ist ja von Sony ins Kino gebracht worden. Also ich glaube, dass sich die Kosten ein bisschen teilen werden. Bin da aber auch jetzt nicht ganz im mathematischen Budget-Bereich drin. Aber ich finde es schon spannend. Also das jetzt bei Killers ist es ja, zumindest mal gehe ich davon aus, ist es der Final Cut und da werden wir nichts Längeres bekommen. Und bei Ridley Scott kannst du dich ja fast wie bei einer Eieruhr drauf verlassen. Wenn die klingelt, dann ist das Eilferdi. Und bei Ridley Scott heißt es halt, da kommt ein neuer Film. Ja, Directors Cut, Extended Version, hast du da was? Und er sagt sofort, ja, ich hab noch Material und keine Sorge und das kommt raus. Und manchmal kommt's raus. Gladiator, etc. Und manchmal kommt's halt nicht raus. Ich glaub hier, Blade Runner hatte nur wirklich viele verschiedene Fassungen. Ich glaub bei Alien gab's auch nochmal einen kleineren Directors Cut mit ein, zwei Änderungen. Aber dann gibt's halt auch sowas wie diesen Exodus, da war immer ein Directors Cut angekündigt und da kam halt nie. Lange Rede, kurzer Sinn, ich fand's auch ähnlich. Es kam schon ein bisschen so Stückwerk zur Sprache, es kam Gehetzt zur Sprache. Ich fand so gerade die Szenen im Machtzentrum fand ich gut. Die haben mir richtig gut gefallen, was so ein bisschen diese männliche Mickrigkeit so zeigt. So wie, was sind das eigentlich eigentlich für alle, eins, zwei arme Würste im Endeffekt. Und eigentlich haben die Frauen doch am Ende ganz schön viel Macht. Und ja, wer so diese Best of Ridley Scott Compilation bei den Schlachten haben will, der ist halt auch richtig hier. Ich war gut unterhalten, ich war deutlich mehr unterhalten mit dem wirklich, dem Fokus als bei Killers of the Floor Moon. Auch wenn ich Killers of the Floor Moon für den deutlich runderen, besseren, stringenteren Film halte. Weil ich die beiden aber jetzt auch nicht in eine Tüte werfen will, weil es nun beide, außer eine große Regisseurin, nicht so viel miteinander zu tun hat. Und dass das relativ lange Filme sind, lasse ich da mal bei. Ich freue mich auf den wahrscheinlich gut vier Stunden langen Directors Cut. Ich bin sehr gespannt, was wir da noch sehen werden und ob er sich ein bisschen mehr traut oder ein bisschen mehr Fleisch an eine oder andere Figur herangibt. Ja, da will ich noch kurz einen kleinen Wurmfortsatz an mein Fazit setzen. Ich glaube, im Kino ist der Film hier, wie wir ihn sehen, in seiner beschnittenen Fassung durchaus aushaltbar. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass ich jetzt den Directors Cut nochmal sehen muss. Aber wenn ich jetzt im Kino nicht war, hätte ich mich total gefreut, den Directors Cut zu sehen. Also so, um so mal einzuordnen, wie gut der Film ist. Also ich muss jetzt nicht beide Versionen vergleichen, ja. Aber die beiden Versionen an sich funktionieren für ihre Art, werden das sehr gute Filme sein. Vielleicht gibt es ja für uns beide dann irgendwie so ein, keine Ahnung, die fehlende Stunde nochmal so separat. Die fehlenden eineinhalb mit Timecodes zum Nachlesen. Also ich sage mal, wenn ich mir den Directors Cut anschaue, dann glaube ich erst in ein paar Jahren ein bisschen Pause. Ich habe jetzt genug Napoleon. Ja, es ist wirklich viel Napoleon, der steht schon deutlich im Zentrum hier. Und wenn er der Kirby als so viel ist. Was gut ist, hey, es ist ja historisch auch wertvoll, weil jetzt haben wir praktisch den Napoleon, den eigentlich Stanley Kubrick machen sollte. Endlich fertig. Hey, doch gut. Ja, und jetzt können wir uns auch zu Timo in die Klasse setzen. Könnten die Geschichtsklausel über Napoleon, die könnten wir jetzt rocken. Wir wissen jetzt alles, die Fakten, die sitzen, die wurden uns auf unterhaltsame Weise spielerisch eingeprügelt. Und das ist doch wunderbar. Aber lustig, dass du das sagst. Also fühlt ihr euch jetzt, also seid ihr jetzt nach dem Film zumindest gefühlt schlauer über die historische Figur Napoleon? Schlauer als vorher. Aber wie gesagt, das ist, weiß ich nicht, wenn man bei minus 100 anfängt, das ist natürlich nicht schwer auf minus 50. Eben das Ding ist ja, nach so einem Film kommt es ja auch ein bisschen auf, ist eine Typfrage. Ich bin dann jemand, der halt dann sofort heimfährt und dann groß rumgoogelt, welche Geschichten da überhaupt wahr sind und welche nicht. Und man informiert sich bis zu einem gewissen Grad. Und ja, klar, man ist schlauer danach. Und ich würde auch sagen, ab ins Kino, der darf da drin ruhig gesehen zu werden, ohne dass man da jetzt, keine Ahnung, in einem schwarzen Hoodie dann aus dem Kino raus muss, weil man sich schämt. Nee, den schaut man sich da an und dann ist gut. Punkt. Ja, von den Schauwerten definitiv was für die große Leinwand. Das muss an dieser Stelle auch nochmal gesagt werden. Aber eine letzte Enttäuschung. Spoiler fürs Ende. Kein Aber in Ordnung. Und keine Endcredit-Szenen. Kein Thanos auf Tanesien. Kein Benedikt zweiter Teil oder kein Napoleon zweiter Teil. Ja, ist leider so. Wir weisen noch auf zwei Sachen hin. Auf die eine Sache weise ich sehr, sehr gerne hin und auf die zweite Sache noch viel lieber. Wir wollen nicht betteln, aber wir freuen uns immer über eine kleine Finanzspritze. Ich muss den Grauburgunder, den ich hier heute getrunken habe, natürlich auch irgendwie refinanzieren. Deswegen einfach an unsere Paper-Adresse ein paar Moneten schicken. Das ist mal Punkt eins. Viel wichtiger ist allerdings, wir kommen mit Riesenschritten auf die Advents- und Weihnachtszeit zu. Und wir haben uns ein kleines, besonderes Schmankerl für euch überlegt. Wir haben nämlich einen Adventskalender im Köcher. Und diesen Adventskalender, den könnt ihr demnächst bei YouTube oder in einem extra Podcast-Feed unsererseits hören. Und sobald wir da auch mehr an Links haben, werde ich die immer mal wieder bei unserer Chefetage, bei unseren höheren Tieren, die was zu sagen haben, sagen, packt das unbedingt in die Shownotes. Denn natürlich sollt ihr HörerInnen in den Genuss dieses Adventskalenders kommen. Wir haben da wirklich die eine oder andere spannende Frage, die wir in der Redaktion beantwortet haben. Und da hört ihr wirklich mal so wirklich ein vollumfängliches Portfolio unserer Redaktion. Und das, finde ich, gehört sich auch, dass man das mal transparent für unsere HörerInnen macht, oder? Was meint ihr? Habt ihr Bock auf den Adventskalender? Wollt ihr ihn auch hören? Ja, ja, ich will alle Antworten von allen Kollegen hören. Sehr gut. Das habt ihr gut aufs Stichwort reagiert. Vielen Dank dafür. Ansonsten uns... Ja, auch kurz Paypal. Du hast es angesprochen, die Adresse findet ihr auf der Webseite unter Kontakt. Also kann man alles finden, wie man uns unterstützt. Genau. Ansonsten bin ich fertig. Also Fini, wie man, glaube ich, in Italien sagt. Ich wünsche euch, HörerInnen, viel Spaß im Kino. Denn, wie gesagt, läuft ab demnächst, wenn ihr es hört. Wahrscheinlich läuft es schon, wenn ihr es hört. Wir hatten eine schöne Zeit. So ist es. Wir hatten im Kino jetzt miteinander immer toll. Ich war allein im Kino und hier war es zwei. Der Orme Moxie mir war es alleine. Der Orme Moxie mir war es alleine. Der Orme Moxie mir war es alleine. Der Oberkorn mehr, der sich zu mir setzt. So, gut. Wir kompensieren das Ganze. Also du darfst das letzte Wort haben und die Schlogger hat das vorletzte Wort. Und ich sage schon mal Tschüss und viel Spaß im Kino. Danke. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinhört. Tschö. Ja, und ich bin echt dafür, dass ihr bei Schloggi auf die Website geht und ihr alle Bücher aufkauft, weil die sind so unglaublich gut. Die Website ist www.schlogger.de. Das ist doch selber wo. Ansonsten, ja, schöne letzte Novemberwoche und bis bald. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.